Liebe Karlsräuberinnen, liebe Karlsruher, es wird bunt und kreativ hier in unserer Stadt. Ab heute finden bis zum 21. Mai die Kunstwochen für Klima und Umwelt hier in Karlsruhe statt und hier im Foyer des Rathauses haben wir ja auch schon einiges installiert. Ein buntes und abwechslungsreiches Programm wartet auf Sie. Das haben die Künstlerinnen der GEDOC zusammen mit der Klimakampagne Karlsruhe gemeinsam erstellt. Viele engagierte Gruppen waren auch mit dabei, haben hier mit beigetragen. Ich lade Sie herzlich ein, mit uns zusammen diese tollen Kunstwochen für Klima und Umwelt zu erleben und sich dabei auch für Klimaschutz im Alltag inspirieren zu lassen.